In Rumänien, wo die Siebenbürger Sachsen vor, was ich, ganz, ganz vielen hundert Jahren hingegangen sind, sind gerufen worden vom rumänischen König und hat gesagt, macht uns das Land urbar, die haben es gemacht und das sind Gebiete, die sehen aus, als ob du deinen Hollywood-Film drehen wolltest. Ja gut, sie mussten ja auch hier wegziehen, die Siebenbürger damals, weil es einfach nicht genügend Platz war, um das Unternehmen aufzuteilen. Ja, sicherlich, aber es gab halt eben diesen Telefonanruf da aus Bukarest, wo dann der König gesagt hat, hier zu seinem deutschen Schwager, meine Leute sind zu faul, bringen wir ein paar Leute rüber. Die Deutschen waren bekannt zu arbeiten und dann hat der gesagt, ich habe hier ein paar zu viele und dann sind die rüber. Aber die haben es wunderbar gemacht.